Ich bin am Jeliner Kirtag, in einer halben Stunde tritt die Melissa Naschenwein auf, hinter mir im Extra-Disco-Zelt, die Leute strömen schon herein, wird sicher eine geile Party werden, der Vergnügungspark ist gut besucht, der Kirtag sowieso, perfektes Wetter, am Nachmittag hat es einmal geregnet, jetzt ist alles sonnenklar, bis nachher, jetzt geht's einmal zur Melissa. Olaf Hex! Servus, liebe Burschen, ich spreche jetzt im Namen aller Frauen, und ich glaube, dass ihr jetzt richtig glaubt, wo sind die Damen? Wir werden schneller! Wir werden gut gerockt im Extra-Disco-Zelt, eine absolute Empfehlung. Jedes Jahr, wenn ich die Welt zum ersten Mal im Jeliner Kirtag angenehm viel losgelegt habe, nicht gedruckt. Das Extra-Disco-Zelt war gedruckt viel. Die Melissa hat eine wahnsinnige Stimmung gemacht, hat mit Kindern musiziert, hat viel Gas gegeben, alle Bergbauern-Buhren, Bergbauern-Mädel sind da gewesen, ganz eine tolle Sache. Nächste kam einmal sicherlich die Pool-Party im Äxl. Tschüss und gute Nacht, jetzt nehmen wir noch ein Schaumrollen mit.